Gestern um 22 Uhr ist alles angekommen. Komplett hat nichts gefehlt. Wir waren glücklich gewesen, haben den ganzen Tag Wart gehabt, haben zwar keine Auskunft von der Lufthansa bekommen, aber auf immer waren sie dann da gewesen. Wir haben pünktlich um 22 Uhr, pünktlich. Und jetzt konntet ihr die Kabine hier im Toyota Sports Center einrichten. Ist es bequem? Ja, wir haben hier noch Platz hier. Wir haben hier vier Kabinen, die wir tagsüber haben. Müssen zwar alles wieder rausräumen, alles wieder eine Kabine drin, aber es ist alles okay. Das ist kein Problem. Was habt ihr eigentlich alles mitgenommen? Wie viele Taschen habt ihr dabei und habt ihr auch euch was von den Kings geborgt? Wir haben 22 Taschen dabei. Davon sind noch, da haben wir noch fünf extra Taschen, wo wir die kleinen, die ihr Päckstücke reingemacht haben. Wir haben vorher mit den Kings Kontakt gehabt, wo wir alles aufgeschrieben haben, sei es Schleifmaschine, sei es Tape, alles haben wir von hier bekommen. Getränke, Wasserflaschen, alles. Wir bekommen eigentlich alles hier, von hier. Die Gastfreundschaft ist schon ziemlich gut, oder? Ja, super Typen. Die haben mir geholfen, die haben von mir geholfen, haben mit Auspacken, das ist alles. Sind echt super Typen. Und wir haben ja jetzt vier Tage Training hier in Los Angeles und ziehen dann um nach Ontario. Hast du mit denen auch schon Kontakt gehabt? Die Betreuer, die hier sind, betreuen uns auch da. Also ist eigentlich super alles. Also ihr seid bisher rundum zufrieden? Ja, bei uns hat alles geklappt. Ich habe zwar noch nicht die Beach gesehen, aber die werden wir wahrscheinlich heute sehen. Persi, danke. Ja, kein Problem. Bitteschön.